So, Hallihallo, ähm, sorry dass es kurz vielleicht ein bisschen leckt oder so, ich bin gerade am hochladen, am speichern und hier am aufnehmen. Ähm, sie suchen gerade mich, ich habe gesagt, wo ich ungefähr anzutreffen bin und sie müssen sich suchen, also zwei machen schon mal mit. Und ja, da hat jetzt einer geschrieben, sucht den Drago. Und mal schauen, wer mich zuerst findet, ich stehe einfach hier, das ist, ähm, hier, beim Drachen, bisschen oben dran. Und wenn ihr das auch mal wiederhaben wollt, dann könnt ihr es mir irgendwo in die Kommentare schreiben oder so und dann mache ich dieses Spiel nochmals. Ich werde es natürlich im Chat, im Syltis-Chat, ähm, schreiben und, ja, eben Tipps geben und so, wie es mich jemand findet. Und ja, ähm, Belohnungen gibt es jetzt noch nicht, aber vielleicht später dann. Oh, hier ist jemand. Oh, Psylsus. Okay. Der, der sucht mich nicht. Okay. Mal schauen, was wir kälten können. Okay, ich könnte Magna nicht verschenken. Oder sonst irgendwas. Ne, am rumstehen. Da, du bist ja am Akkum leveln oder questen. Ne, am rumstehen. Aber dort habe ich gequestet. Ähm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Magnaid-Stücke schon verschenken soll. Ich weiß nicht. Ne, es ist wahrscheinlich nur ein Spiel. Die bekommen ja genug, äh, schon vom Video. Nein, also. Ich weiß nicht. Dann beim zweiten Mal, ja, gerne. Aber ich finde, mit 36 noch schon verschenken, bringt es nicht so. Da warte ich lieber auf das nächste Mal. Ausserhalb. Nein. Nein. Wo ich bin Ja, an meinem PC Ich hab's gerade im Video angesprochen Wie wär's mit meinen 36 Machina's Ja, da ist doch einer Ja Yeah Don Muho Ist der Gewinner Slash Trade Don Ähm, mal kurz Man kann doch traden Einfach so Ähm, handeln Ach komm schon So, dann Mit Der 9 Kann ich handeln Ah, da muss ich da Mit der 9 Hallo Geht es nicht Ungefähr So jetzt Also Don Muho Du bekommst die Magnanitz 36 Mäßig So Bitte Mache Mache Bald Wieder Ein solches Spiel Dann Weitere Preise Fast Passt Auch Geschafft Das Ich Ich Muss unbedingt ein paar Emotionen raustun Ok Ok Als nächstes Gibt es Als Gewinn Hasen Ohren Juhu Wo Sind jetzt die Hasen Da 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 Jetzt habe ich die Hasenohren an Genau Und der Hut Hasenohren Hut Hasenohren Ok Toll Dann werde ich das nächste Mal Hasenohren Verschenken Ok Das war's mit dem Video Ich danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bye Und Dankeschön fürs Mitmachen an Syrmon und äh der Wie heißt der schon Don Muho Ok Dankeschön und bis zum nächsten Mal Tschüss